Heyo zusammen, wer mich schon etwas länger kennt, weiß, dass ich vor nicht allzu langer Zeit für lange Zeit bei der Spielezeitschrift GameStar war, als Spieleredakteur, nämlich fast 10 Jahre lang. Und zu diesem Beruf gehört dazu, dass man relativ häufig auf irgendwelche Presse-Events reist, rund um den Globus. Ich habe die ganze Zeit bei der GameStar, habe ich sogar ein Buch geführt und habe hier so eine Liste geführt und aufgeschrieben, wann ich wo für welches Spiel war. Und das ist echt lang mit der Zeit geworden, es sind insgesamt 51 Trips, die ich gemacht habe. National Leipzig, Bad Hersfeld, Hamburg, Düsseldorf, Karlsruhe, Köln und international waren da unter anderem Paris, London, Warschau, Lyon, Shanghai, Budapest, Boston, Genf, Sofia, San Francisco und die Liste ist noch gar nicht zu Ende. Und da ihr mich in letzter Zeit immer wieder darum gebeten habt, dass ich mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wie die Zeit bei der GameStar so war und was ich da so erlebt habe, dachte ich, ich schnapp mir mal die 10 eindrucksvollsten Pressereisen, die ich je gemacht habe, egal ob es positiv oder negativ war, um ein kleines bisschen was darüber zu erzählen. Und Bilder dazu habe ich auch rausgekramt. Den Anfang macht mein Trip nach San Francisco im Februar 2008 wegen Die Sims 3 und diese Reise war nicht wegen des Spiels so eindrucksvoll, obwohl das Spiel tatsächlich ein fantastisches geworden ist, sondern vielmehr, weil ich dort einfach mal Electronic Arts besuchen konnte, einer der weltgrößten Spielehersteller und das ist einer der größten Standorte von Electronic Arts in San Francisco. Und tatsächlich, als ich da angekommen bin, ist mir regelmäßig die Kinnlade runtergeklappt, weil das im Grunde, das ist so eine eigene Welt, die EA da aufgebaut hat, fast wie so ein eigener Universitätscampus, hypermodern, riesengroßes Gelände und vollgestopft mit jeder Menge Extras für die ganzen Mitarbeiter. Die Führung allein hat schon zwei Stunden gedauert und da haben wir dann unter anderem ein eigenes Fitnesscenter gesehen, es gab sogar auf dem großen Rasen einen Helikopterlandeplatz, dann gab es natürlich auch eine extrem große Kantine, wo wir dann auch gegessen haben. Da waren mehrere Köche angestellt, die da Buffet aufgetischt haben, eine riesengroße Salatbar, dann gab es sogar eine Daddelhalle mit Flippertischen und Kickertischen und so weiter, wo man sich dann zwischendurch einfach mal ein Päuschen gönnen konnte und sogar ein hauseigener EA Merchandising Store. Also völlig absurd, fast schon so wie im Silicon Valley, dass das bei Google oder wie sie alle heißen da, Facebook, wo man im Grunde einfach das Beste für seine Mitarbeiter will, damit die höchst motiviert, am besten dort bleiben und arbeiten und leben und überhaupt. Also das war echt ziemlich, ziemlich erstaunlich, erschreckend, aber sehr, sehr, sehr beeindruckend. Es hat mich also echt nachhaltig beeindruckt, wie EA sich da hingestellt hat. Immer mal wieder kam es vor, oder kommt es vor, dass Hersteller, wenn sie Journalisten einladen, da ein ziemliches Event draus machen. Ende 2007 war es bei Age of Cone in der Fall, wo ich nach Oslo geflogen bin, um mir das Online-Rollenspiel anzuschauen. Und wir sind da vom Flughafen abgeholt worden, mit einem Shuttlebus zum Entwicklerstudio gefahren worden und auf dem Parkplatz kamen dann plötzlich zwei berittene Ritter uns entgegen, die in voller Bewaffnung da auf uns zugeritten kamen und erstmal eine riesen Show gemacht haben. Und da war ich schon mal so, okay, was ist hier los? So ging es dann weiter. Es gab dann auch, bevor wir uns das Spiel anschauen kommen, gab es eine kleine Studiotour, zum Beispiel durch das Motion Capturing Studio, wo sie uns gezeigt haben, wie sie quasi die ganzen Animationen durch aufwendige Motion Capture-Aufnahmen quasi ins Spiel hineinbringen. Das war schon sehr cool und dann durften wir natürlich auch selber spielen. Und abends, das ist relativ üblich bei solchen Presseterminen, dass man dann im Grunde mit den Entwicklern abends essen geht. Und da sind wir in so einen orientalischen Schuppen rein, wo es dann auch in kleinen Schüsseln so ganz außergewöhnliches Essen gab. Und man saß fast auf dem Boden, alles roch nach Räucherstäbchen und da hast du relativ schnell Kopfweh bekommen. Ich habe gesagt, jetzt fehlt eigentlich tatsächlich zu diesem Klischee, das sie hier aufgetischt haben, echt nur noch eine Bauchtänzerin. Denn ich hätte meine Klappe halten sollen. Denn zwei Sekunden später kam so eine Bauchtänzerin an und hat da auf unserem Tisch rumgetanzt. Und ganz ehrlich, hübsch war die nicht. Im September 2009 bin ich nach Brighton, eine Küstenstadt in Südengland, geflogen, um mir Split Second anzuschauen. Das war ein Action-Rennspiel von Disney, das relativ schnell in der Versenkung verschwunden ist, weil es zeitgleich mit einem großen Konkurrenten, der hieß Blur, erschienen ist. Und die beiden haben sich irgendwie gegenseitig kannibalisiert und waren beide nicht sonderlich erfolgreich, obwohl es okay Spiele waren. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, war weder die Reise, noch das Spiel, noch der Entwicklerbesuch, sondern vielmehr das Hotel, in dem wir untergebracht waren. Das war ein sogenanntes Event-Hotel im Stadtzentrum von Brighton. Und ich bin da reingekommen und habe gedacht, da muss ein Innendesigner amok gelaufen sein. Das war alles in so quietschbunten Farben gehalten, selbst die Flüre zu den Hotelzimmern. Und als ich in mein Hotelzimmer hineingekommen bin, dachte ich, um Gottes Willen. Rosafarbener Linoleumboden, gewölbte weiße Wände, alles in tiefstem Pink gehalten. Das sah aus wie die Innereien eines iPods von der Barbie. Ganz ehrlich, du bist da reingekommen und hast echt das Gefühl gehabt, instant an Zuckerschock zu sterben. Echt bizarr. Allerdings gab es auf dem Tisch so eine iPod-Dockingstation. Man konnte sein iPod dann da reinstecken und hat dann über die Deckenlautsprecher seine Musik hören können. Das wiederum war ziemlich, ziemlich cool. Der wahrscheinlich eindrucksvollste Trip, den ich gemacht habe, war 2006 für Splinter Cell Double Agent. Dafür bin ich zu Ubisoft nach Shanghai geflogen und das war bis dahin mein erster und einziger Trip nach Fernost. Ich bin total fasziniert von diesem Kontinent und würde da ganz gern nochmal hin, auch Japan zum Beispiel, besuchen. Jedenfalls war ich da in dem damals fünfthöchsten Wolkenkratzer der Welt, dem sogenannten Jinmao Tower, untergebracht. Im Grand Hyatt Hotel, das ist so ein Fünf-Sterne-Plus-Ding. Also unglaublich luxuriös und wirklich kinnladen, runterklappend und überall hatten sie lauter Leute angestellt, die einfach nur da standen und grinsen. Also typisch Chinesen halt einfach. Das Dumme war nur, dass ich in der Heft-Schlusswoche, also in der stressigsten Woche des Hefts nach Shanghai geflogen bin für diesen Artikel. Und das war nicht nur ein normaler Artikel, das war auch die Titel-Story. Und das Ärgerliche war, nachdem wir uns das Spiel angeschaut haben, musste ich mich ins Hotelzimmer einschließen, während alle anderen die Stadt unsicher gemacht haben und essen gegangen sind, um die Titel-Story zu schreiben. Und das innerhalb von vier oder fünf Stunden bis mitten in die Nacht. Irgendwann habe ich den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, weil da hackt man diesen ganzen Artikel runter und irgendwann versteht man auch nicht mehr oder weiß man nicht mehr, funktioniert das, was ich hier hingeschrieben habe, klappt das, ist der rote Faden da und ist das alles nicht total wirr, was ich hier hingeschrieben habe und habe das dann einfach nur nach Deutschland geschickt, bin ins Bett gefallen und habe gehofft, dass es funktioniert. Konnte allerdings beim Rückflug erst in Zwischenstopp in Amsterdam dann in der Redaktion anrufen und fragen, ob alles geklappt hat. War ja alles eine extrem kurzfristige Angelegenheit. Und Christian Schmidt, damals der leitende Redakteur, hat dann gemeint, ja alles super, es war nur ein bisschen Kürzungsbedarf, aber ansonsten ist das Ding fertig und eine Druckerei und komm einfach erstmal gesund nach Hause. Und das war, auch wenn es extrem stressig war und wo man in so kurzer Zeit so viel Druck erleben musste, war es echt ein wahnsinniges Erlebnis, weil Shanghai ist unglaublich krass. Also das ist so eine riesige Stadt und so andersartig und so gewaltig. Ich glaube, man braucht da einfach mehrere Tage, wenn nicht sogar ein, zwei Wochen, um diese Stadt zu begreifen. Also ich will unbedingt mal wieder hin. Das war echt ein ganz, ganz toller Trip. Hängen geblieben ist auch ein Trip nach Paris im Sommer 2008, nämlich zur Blizzard WWI. Das ist ein kleines Blizzard-Event, etwas kleiner als die BlizzCon, die der Entwickler jedes Jahr austrägt. Und 2008 auf der WWI in Paris hieß es ja, Blizzard würde ein neues Spiel ankündigen. Und alle haben spekuliert, was könnte es denn sein. Und die meisten haben gedacht, es wird wahrscheinlich Diablo 3. Aber gewusst hat es nicht wirklich jemand. Und als wir dann da alle saßen, zu Hunderten, also auch viele, viele Fans und Journalisten aus aller Welt, kam dann Mike Mohamed von Blizzard auf die Bühne und hat da gemeint, ja, also wir haben jetzt hier einen großen Knall und eine große Ankündigung. Er will auch keine großen Worte verlieren. Da war ich sehr froh drum, weil sonst stehen wir da immer eine halbe Stunde und labern da Superlative hin. Und er hat gemeint, ja, also er lässt das Spiel jetzt für sich selber sprechen. Er ging von der Bühne, das Licht ging aus und dann kam plötzlich so ein roter Spot auf einen einzelnen Gitarristen, der auf die Bühne kam und angefangen hat, die Tristra-Melodie aus Diablo zu zupfen. Und ich hatte instant Gänsehaut. Und zwei Sekunden später ist die Halle explodiert. Die Leute waren am Jubeln, am Kreischen, am Schreien, als ob 15 Justin Biebers hier auf die Bühne gekommen sind. Und ich habe da, ich habe jetzt, die Erinnerung ist noch so nah und noch so intensiv, dass ich euch jetzt gerade beim Erzählen schon wieder Gänsehaut habe. Also das war so eindrucksvoll, wie Blizzard das gemacht hat, wie sie sich selber da präsentiert haben und auch das Spiel angekündigt haben. Boah, das ist echt hängen geblieben. Und ich glaube, ich werde auch in 50 Jahren, wenn ich nochmal dran denke, werde ich immer noch Gänsehaut haben. Was Blizzard jedes Jahr einen großen Stil macht, macht für Journalisten Electronic Arts jedes Jahr einen kleinen Stil, der sogenannte EU-Showcase, der jedes Jahr in London stattfindet, wo quasi Electronic Arts ein komplettes Spiele-Line-Up des kommenden Geschäftsjahres vorstellt. Und da war es eigentlich drei, vier Jahre lang meine Aufgabe, immer hinzufliegen und sich die ganzen Spiele anzuschauen, was auch immer ziemlich stressig war, so über zwei Tage verteilt 10, 12 Spiele sich anzuschauen. 2009 allerdings habe ich mich besonders darauf gefreut, weil ich da die Chance hatte, Tim Schäfer kennenzulernen. Eine Designer-Legende, unter anderem berühmt aus seiner Lucas-Arts-Zeit. Also er war maßgeblich zum Beispiel an Day of the Tentacle beteiligt. Und ich hatte das Privileg, mit ihm ein Interview zu seinem damaligen neuen Spiel Brutal Legend zu führen. Und ich habe es echt Gott sei Dank gerade so vermeiden können, einen Kniefall vor ihm zu machen, weil das war für mich so, als ob man mir so Regie-Götter wie Christopher Nolan oder Quentin Tarantino hinstellt. Tim Schäfer, meine Güte. Nur um dann im selben Atem sogar festzustellen, also bei manchen Kollegen aus der Journalistenbranche, da muss man sich manchmal echt schämen. Weil es dann nämlich vorab bei der Präsentation auch so, ja es gab die Gruppenpräsentation, wo Tim Schäfer einfach das Spiel vorgestellt hat. Und dann kam da so ein Kollege aus, ich glaube er war Franzose, kam dann hin und hat Tim Schäfer wortlos sein Diktaturgerät einfach so in die Hand gedrückt. Und ohne ihn zu fragen, ob er das darf, ob er das überhaupt aufzeichnen darf, was Tim Schäfer da sagt, ohne ihn darum zu bitten, hey, könntest du das vielleicht halten, damit das irgendwie besser klingt. Nö, einfach so wortlos den hingehalten und ist wieder weggegangen. Und man hat auch Tim Schäfer angemerkt, wie verdutzt der da gerade war. Also ich hätte es ihm nicht verübelt, wenn er da das Ding einfach weggeschmissen hätte. Den Humor dazu hat er garantiert. Wo ich gerade bei schäbigem Verhalten von Journalistenkollegen bin, war ich 2008 auch wieder in London zur Ankündigung zu James Bond, Quantum of Solace und ja, ein mittelmäßiges Spiel. Aber was da hängen geblieben ist, war eben, dass wir da hingekarrt worden sind und dann gab es morgens vor der Präsentation, ich meine, Stil echt, klar, James Bond muss ja in London präsentiert werden, aber dann haben die da uns tatsächlich Wodka-Martinis hingestellt. Und ich denke mir nur so, okay, morgens um, es war halb zehn, eine ganze Palette von Wodka-Martinis. Die ganzen Journalistenkollegen sind da drauf gestürmt und haben sich da die Dinger hinter die Binde gekippt. Und ich war, ehrlich gesagt, wirklich, war ich der Einzige von ungefähr 30 Leuten, der gesagt hat, naja, nee, also, ich bin hier zum Arbeiten, ich muss mir auch das Spiel anschauen und so weiter und es ist morgens, das sind harte Cocktails, was soll denn das? Mag jetzt vielleicht spießig klingen, aber ich fand es total unangebracht, vor allem, weil die wie die Heuschrecken auf diese Drinks drauf sind. Letztlich, okay, hätte man sich das Spiel wahrscheinlich echt tatsächlich schön trinken sollen, aber wirklich zielführend ist das tatsächlich nicht gewesen. Nicht schön. Wenig schön, aber das lag nicht an meinen Berufskollegen, sondern vielmehr am Entwickler, war ein weiterer Trip nach London, schon der dritte, insgesamt war ich übrigens zehnmal in dieser Stadt, ganz tolle Stadt übrigens, ich würde sie allerdings ganz gerne mal privat besuchen, war mein Trip für die Titelstory zu The Elder Scrolls Skyrim, ein Spiel, auf das ich mich extremst gefreut habe und vor allen Dingen auch für die Titelstory und im Vorfeld war abgemacht, dass ich eben mit dem Lead Producer und dem Lead Designer eben diverse Interviews, One-on-One Interviews, also unter vier Augen führen darf und habe jeweils eine halbe Stunde Zeit, also im Grunde enorm viel Potenzial für richtig coole Informationen, die man sonst nicht bekommt. Vor Ort wurde dann alles extrem umgeplant, alles zusammengestaucht und ich durfte das Spiel zwar zwei Stunden spielen, was jetzt in Skyrim Dimension zwar auch ein Witz ist, aber immerhin mehr als sich die PowerPoint-Präsentation und den Trailer anzugucken, das war schon mal okay, aber statt einem Lead Designer und dem Lead Producer bekam ich den PR-Chef von Bethesda hingesetzt und jetzt könnt ihr euch sicher denken, wie das Interview verlaufen ist, was PR-Chefs so von sich geben. Die machen nichts anderes, als Superlative aneinander zu rein und jede Frage nicht zu beantworten. Entweder zu sagen, können wir noch nicht verraten, wollen wir noch nicht verraten oder das ist das beste Spiel aller Zeiten. Das war wirklich, wirklich traurig. Der letzte Trip dieses Videos war 2007 und führte mich nach Karlsruhe. Jetzt werde ich ja sagen, der hat sich Karlsruhe zum Schluss aufbewahrt. Was soll denn das? Das ist jetzt nicht gerade die spektakulärste Stadt und vor allem nicht sonst wo in der Gegend, sondern gerade mal so ein paar hundert Kilometer weg. Ich bin da mit dem Zug hingefahren zu dem Publisher & Entwickler Success, damals wegen dem Rollenspiel Two Worlds 2. Ebenfalls ist nicht gerade ein Titel, der in Erinnerung geblieben ist. Der Event selber war jetzt auch nicht so wahnsinnig prickelnd, was allerdings ganz lustig war. Es ist ja so, dass man auf solchen Events gelegentlich auch mal so einfach ein Mitbringsel geschenkt bekommt. Das mögen vielleicht so kleine Plastikfiguren sein, wie den Popelgnom aus Risen oder was auch mal ganz nice war, war da war ich in Warschau bei den Witcher-Jungs CD Projekt und dann haben sie mir, das ist ein Mauspad, ja werdet ihr sagen, blöd, öde, aber das ist eins aus echtem Leder und ich habe noch nie ein so geiles Mauspad gehabt. Das hält seit ewig vielen Jahren, sieht aus wie von einst und wird wahrscheinlich eine Zombie-Apokalypse und eine Atombombe überleben und man könnte damit immer noch wunderbar hantieren. Sau cool, aber wie gesagt, in Karlsruhe bei Success gab es eine etwas andere Sache. Wir haben was cooles für dich und dann drücken die mir noch tatsächlich so ein Schwert-Replika in die Hand. Und das Ding ist sogar richtig spitz, damit kann man ganz schön einem wehtun. Und das ist echt ein cooles Teil, also als Dekoschwert unglaublich toll geeignet. Der Witz war nur, ich musste damit dann im Zug wieder zurück nach München fahren und ich habe nicht nur einen sehr merkwürdigen Blick geerntet. Ich bin fast froh, dass ich nicht geflogen bin, weil das wäre im Handgepäck glaube ich nicht so ganz gut gewesen und da hätte ich mir das wahrscheinlich zuschicken lassen müssen. Aber ein sehr cooles Mitbringsel, hat jetzt dem Spiel nicht wirklich geholfen, aber ich bin trotzdem froh, das zu haben. Ganz cool. Ja, das waren meine Best- und Worst-of-Erinnerungen meiner Presse-Events aus meiner GameStar-Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr Fragen zu dem einen oder anderen Event habt, dann haut sie mir gerne in die Kommentare, ich werde sie garantiert beantworten. Ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonnieren könnt ihr den Kanal direkt hier unter mir. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmals und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.